Morgen, Papa! Geht mein Witz ja! Ehe, erstens, weil schaust du eben du aus! Was? Wieso? Du schaust aus, als jetzt in der Maler haben dich ausgelobt! Ich weiß ja nicht, uns ist schon gehört, aber morgen findet doch meine Ehre-Porte-Wahl zur Miss-Unterstell-Kirche statt. Ich freue mich, weiß ich es! Es gibt ja schon seitdem ein paar kein anderes Thema mehr bei uns im Land. So soll's auch sein! Wenn ich mir vorstellen kann, mein Name ist Alfred. Ich bin der Veranstalter von dieser Veranstaltung. Und bist du dann da dabei? Ja, also ich würd's schon gerne mitmachen. Naja, es war ja freie Schade, oder? In die schönste Maler von uns holt, bei dir in der Büsswahl, wo ich dabei war. Boah! Ja, nie letzter Marsch! Ein Fett war ja 208! Und jetzt? Ja, glauben Sie sich denn das ihr Zeugel so geschminkt? Oh nein! Eigentlich gar nicht so viel! Hoang Kajan! Hoang Mascara! Hoang Concealer! Hoang Concealer! Hach! Und Olga, weiß sie sich! Ich hab' mir eine Faust aufsachen! Olga, ihr Name, ihr habt so viel. So viel, so viel! Wild ist und unerfurcht, lasst mir die Dicke zählen! Was? Huch auf Kopf! Aha! Und dann, was musst du jetzt machen? Jetzt gehen Sie einfach hier rum! Hier, folgen Sie mir! Aufrecht gehen und immer schön Huch auf den Kopf lassen! Mach mir ausgehend, wirst du? Was mache ich noch bei der Haut? Die Hände über den Griffelbüten aus dem Milchflug! Abziehen Sie jetzt an! Ein Learning-Serm, ein bisschen im Fliesrecht-Fast-GOS, muss man so ein Wort... so eine richtige... ein bisschen neu werden! Jetzt gehen Sie einfach mal auf und ab! Wie? Auf und ab! Einfach so! Da reden! Ja, einfach so! Da! Der Röller! Auch wenn Sie es glücklich machen! Oh! 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 clear club! Oh! Ich hab dich schon überall gesucht. Ja, und ich suche deinen Pfarrer die ganze Zeit. Wenn man dir jetzt so gute Erklärung gibt, der, wo er die ganze Zeit ist, da ist er geliefert. Ach, die Mama, der Papa wäre schon so im Grund haben.